Wie alt das alles wohl ist? Ich schätze, ziemlich alt. Ja, in der Tat. Hey, kommt schon her. Oder habt ihr Angst? Zeig denen, wie es gemacht wird. Hasta la vista, Baby! Aus dem Weg! Sam, hab ich den Bogen raus! Den Eindruck habe ich auch. Hm. Eben hab ich mir noch gedacht, sowas wäre ganz praktisch. Setze das bitte mit dem Dach ein. Gut. Nice. Ja, in der Tat. Ich spüre Feinde in der Nähe. Ach, was ist los? Diese begeisterten. Boah, das ist halt echt viel. Ja, renn mit einfach. Haha! Damit kannst du dich selbst heilen. Gut, das kann ich sicher brauchen. Haha! Huh! Huh! Das Teil ist echt krass. Gegen ihn wirst du alle Register ziehen müssen. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich kann überhaupt nichts sehen. Tief durchatmen. Es geht bald vorüber. Und ab damit. Was ist das? Das kannst du brauchen, falls sich hier Fieslinge herumtreiben. Ich nehme es besser mit. Hier war der Zutritt also streng verboten. Und der Bruch macht es nicht. Noch so ein Altar-Ding. Das ist ein Altar-Ding. Das ist ein Altar-Ding. Der Teil, mit dem ich an dir hänge, ist äußerst gut befestigt. Ach, dann verbiegst du dich quasi nur, wenn du dein Ding machst, oder wie? Das ist ein Altar-Ding. Du hast noch andere nützliche Sprüche drauf. Ich versuche nur, dir zu helfen. Das ist ein Altar-Ding. 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 Das hätte ich auch im Schlaf geschafft.